Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Charles Fleischauer Geheimnisvolle Geschichte. Heute wirklich eine ganz, ganz, ganz besondere Sondersendung. So eine Sondersendung habt ihr ganz sicher noch nie auf meinem Kanal gesehen. Ich möchte heute, wenn man so will, euch Zuschauern ein Geschenk machen. Ich möchte euch einen kleinen Film schenken, den ich euch gleich präsentieren werde, der in den letzten zwei Jahren entstanden ist. Und dieser Film ist so eine Art Dankeschön an euch Zuschauer. Ich wollte euch einfach mal was ganz Besonderes ermöglichen. Einen besonderen Sehspaß, ein besonderes Fernsehvergnügen sozusagen. Ja, was verbirgt sich hinter dem Ganzen? Vor ungefähr zwei Jahren hatte ich mal die Schnapsidee, ich möchte neben YouTube, meinen Sendungen, die ich hier mache, mal einen richtigen Dokumentarfilm drehen. Jetzt ist das Problem bei der ganzen Geschichte, ich bin kein Filmemacher. Ich bin Moderator, ich bin Autor, ich bin alles mögliche, gebe Seminare. Es gibt viele Bereiche, wo ich sage, da kenne ich mich aus, da weiß ich, was ich tue. Nur Filme machen, das ist ein Bereich, da bin ich totaler Amateur, da bin ich Laie, da habe ich überhaupt keine Ahnung vom Handwerk und habe mir jetzt aber, wie gesagt, dieses Projekt vorgenommen und habe einfach gesagt, Charles, du schaffst das, auch wenn du nicht weißt, was du tust, tu es einfach und gib dein Bestes und schau mal, was möglich ist und was du erreichen kannst. Und mit dieser Einstellung und mit einem Budget von mehr oder weniger 0 Euro, habe ich mich dann ans Werk gemacht und gesagt, ich verwirkliche jetzt diesen Dokumentarfilm. Und weil man solche Projekte allein nicht schafft, habe ich mir Freunde mit ins Boot geholt. Das war als erstes mein Freund Ralf Schneider. Ralf macht die ganze Tontechnik für meinen Kanal, also alle Sendungen, die ihr seht. Da bearbeitet er den Ton, was unheimlich viel Arbeit ist. Er entfernt alle möglichen Schmatz- und Grundgeräusche, die man so macht, alles husten, bessert den Ton auf, kümmert sich da in stundenlanger Arbeit drum. Und wenn Ralf nicht gerade diese Tontechnik-Geschichte macht, ist er ein begnadeter Komponist. Er komponiert Therapiemusik, Filmmusik, surreale Musik. Er ist wirklich nicht nur einer meiner besten Freunde, sondern auch wirklich einer meiner liebsten Musiker. Und ihn habe ich gefragt, ob er bei diesem Projekt mit dabei wäre. Und da war gleich Feuer und Flamme. Hat den Kameramann gemacht für den Film, hat den Ton gemacht und er hat die wirklich schöne Musik zu diesem Film produziert. Ziel war es, einen Film zu drehen über den Salomonischen Tempel. Und ihr könnt euch schon vorstellen, wen könnte man da besseren Fragen als meinen alten Freund Wolfgang Stark, der leider dieses Jahr verstorben ist. Aber damals, vor zwei Jahren, wie gesagt, hat Wolfgang ja noch gelebt und der war auch sofort dabei. Hat sich zur Verfügung gestellt, sein Wissen mit uns zu teilen. Er ist aber auch nicht der einzige Referent. Und auch Andreas Beutel, den Leiter des Pythagoras-Instituts, den ihr sicherlich auch von Nuviso kennt. Und der Astrologe Raphael Brand, der Standardwerke zur hermetischen und klassischen Astrologie verfasst hat. Ein brillanter Forscher, den ich persönlich sehr schätze und für seine Forschungsarbeiten sehr bewundere. Der hat sich auch bereit erklärt, an diesem Film mitzuwirken. Und das war dann super. Das war der Anfang. Da haben wir dann vor zwei Jahren einige Aufnahmen gemacht, richtig in so einem Greenscreen-Studio. Da möchte ich mich auch nochmal bei Matthias Hartwig bedanken, der sich als Kameramann und als Studiobesitzer zur Verfügung gestellt hat, uns da zu unterstützen. Da haben wir diese Aufnahmen gemacht und das war auch schön und gut. Nur die lagen unheimlich lange bei mir dann auf der Festplatte auf Halde. Einfach aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, ja, Aufnahmen vor einem Greenscreen-Studio zu machen mit tollen Referenten ist eine Sache. Einen Dokumentarfilm daraus zu basteln ist eine andere. Wo kriege ich jetzt Grafiken her? Wo kriege ich Animationen her? Was mache ich eigentlich? Und wie das Schicksal so wollte, kam dann noch Pierre Dietz mit ins Boot, mit ins Team. Pierre war schon mehrmals auf meinem Kanal zu sehen, als Experte für das Thema König Arthurs oder wie Pierre sagen würde, King Arthur. Er schreibt da Bücher über dieses Thema, beschäftigt sich sehr mit diesen historischen und mythologischen Fragestellungen und ist aber eigentlich von seinem Hauptberuf 3D-Animator. Und Pierre hat sich dann bereit erklärt, die Animation für diesen Film zu machen und hat in unheimlicher Fleißarbeit und in idealistischer Arbeit Tage, Wochen, Stunden in seiner Freizeit diese Sachen animiert. Also ihr merkt schon, wenn ihr mir so zuhört, dieser Film ist wirklich ein Produkt von reinem Idealismus. Es haben alle, die mitgewirkt haben, haben das einfach gemacht, weil sie die Idee toll fanden, weil sie gesagt haben, sie unterstützen meine Idee, diesen Film zu verwirklichen. Meine Rolle war hauptsächlich die des Projektleiters. Ich habe alles koordiniert, hatte die Grundidee und desjenigen, der dann irgendwie aus diesem ganzen Chaos einen Film macht. Und jetzt ist dieser Film endlich fertig geworden. Leider konnte mein Freund Wolfgang Stark ihn nicht mehr sehen. Wolfgang ist im Mai verstorben. Dieser Film ist auch ein Andenken an Wolfgang, ein Nachträg, ein Nachruf, könnte man sagen. Und man sieht hier in den Aufnahmen auch Wolfgang noch, wie er vor zwei Jahren war, wo er noch gesünder war und in seiner Kraft. Das Thema ist der Salomonische Tempel und es geht hauptsächlich um den Salomonischen Tempel und die Dämonen, die Djinn. Es geht um Bibelstellen. Ich selber bin Sprecher in dem Film, beschränke mich aber auf die Rolle, eigentlich nur Bibelpassagen zu verlesen, weil wir die Bibel, die Bilder, die Musik für sich sprechen lassen wollten. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr den Film gleich guckt, liebe Zuschauer, dieser ganze Film ist eine Art surreale Reise in dieses Thema. Betrachtet ihn ein bisschen wie eine Mischung aus einer Dokumentation und einem Kunstfilm. Und habt immer im Hinterkopf, ich bin nicht Steven Spielberg, ich bin Anfänger als Filmemacher. Ich glaube aber, wenn man bedenkt, dass wir kein Budget hatten, dass unheimlich viele Dinge auch beim Dreh schief gegangen sind, weil ich das Handwerk nicht beherrsche, des Filmemachers, dann merkt man aber doch, das Endresultat ist gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, wie hoch eure Messlatte an Erwartungen ist, aber ich bin ganz zufrieden mit diesem Film. Er geht ungefähr eine halbe Stunde. Ich finde ihn wirklich schön, vor allem, wenn ich ihn angucke und weiß, dass das ein Freundschaftsprojekt ist, wo alle wirklich einfach an die Sache geglaubt haben, gesagt haben, das wäre schön, so einen Film zu produzieren und wir das jetzt einfach mal umgesetzt haben. Was dem Film vielleicht so ein bisschen fehlt, ist eine Einleitung ins Thema. Er setzt eigentlich voraus, dass man weiß, was der Salomonische Tempel ist, dass man da etwas in diesen biblischen Themen drin ist. Ich glaube aber, dass es bei euch, liebe Freunde, als Publikum meines Kanals weitestgehend gegeben, ihr seid ja diese Art von Themen gewohnt und habt da auch Freude dran. Und wir hatten auch überlegt, ob wir den Film vielleicht bei Amazon anbieten oder auf irgendeiner kostenpflichtigen Plattform, wo er dann hinter einer Bezahlschranke ist und haben dann aber gemerkt, dass wir uns am wohlsten fühlen, wenn wir diesen Film euch einfach schenken. Er ist praktisch parallel zu meinem Kanal entstanden. Er ist ein Geschenk an euch Zuschauer. Ein Dankeschön für eure Treue meinem Kanal gegenüber in den letzten Jahren. Und ich will jetzt gar nicht lange hier wieder Zeit für mich in Anspruch nehmen, sondern euch jetzt diesen Film präsentieren. Also schaut ihn euch an, genießt ihn. Am besten guckt ihr ihn mit Kopfhörern, denn ich verspreche euch, die Musik und der Sound sind wirklich gut. Und lasst euch einfach mal wie auf so einem Traum, so einer Traum- oder Trance-Reise entführen in diese geheimnisvolle Welt des Salomonischen Tempels. Und in dem Sinne, liebe Leute, Film ab! Der Salomonische Tempel, der in der Bibel beschrieben ist, im Buch der Könige und der Chronik, ist sowohl ein materieller Tempel als auch ein geistiger Tempel. In der Bibel wird der Tempel sehr wohl als geistig beschrieben und die Freimaurerei sieht diesen Salomonischen Tempel auch als geistig an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und es war im 84. Jahr nach dem Auszug der Kinder Israel aus dem Lande Misraim, im vierten Jahr, im Monat Siv, das ist der zweite Monat, der Regierung Salomos über Israel. Da baute er das Haus für den Ewigen. Dann hat er aus der Erde eine Figur gemacht und hat eben seinen göttlichen Atem eingehaucht und hat ihn in den Garten gesetzt, damit er ihn bebaue. Dieser Paten wurde dann bepflanzt mit Pflanzen, da gab es viele Vorschriften, das war dann der Adam. Als Salomo König von Israel war, hatte er ein Treffen mit seinem Gott, mit dem Gott Israel. Und er hat gesagt, ich werde dir ein Haus bauen. Dann begann Salomo das Haus des Ewigen in Jerusalem auf dem Berg der Weisung zu bauen, wo er seinem Vater David erschienen war. Nun haben wir Salomo, den König von Israel, als Planer dieses Tempels und Hiram, den König von Tyrus, als denjenigen, der die vorgefertigten Teile für diesen Tempel liefert, der dann in Jerusalem auf dem Berg Moria zusammengestellt wird und gebaut wird. Als das soweit war, als der Tempel soweit fertig war, schickte Salomo zu König Hiram von Tyrus und forderte einen Baumeister an. Der König von Tyrus schickte Hiram Abif. Er sandte aber Hiram, der König von Tyrus, seine Diener zu Salomo, denn er hatte gehört, dass man ihn zum König gesalbt hatte, anstelle seines Vaters, denn befreundet war Hiram mit David alle Zeit gewesen. Da sandte Salomo an Hiram und ließ ihn sagen, Du weißt von meinem Vater David, dass er nicht vermochte, ein Haus zu bauen, dem Namen des Ewigen, seines Gottes, wegen des Krieges, womit sie ihn umringten, bis der Ewige sie unter die Sohlen seiner Füße tat. Jetzt aber hat der Ewige, mein Gott, mir ringsum Ruhe verschafft. Da ist kein Widergeist, kein böser Anstoß. So gedenke ich denn, ein Haus zu bauen, dem Namen des Ewigen, meines Gottes, wie der Ewige zu David, meinem Vater, geredet und gesprochen. Dein Sohn, den ich an deiner Stelle auf deinen Thron setzen werde, er soll das Haus meinem Namen bauen. Hiram Abif war der Sohn einer Witwe aus dem Stamme Naftali. Und sein Vater war Thürer. Und dieser Hiram Abif kam zu diesem Tempel und hat ihn ausgestaltet. Er hat also den Tempel nicht gebaut, sondern die Gegenstände, die in diesem Tempel waren, hat er in Erdöfen gegossen und hergestellt. Das waren Gefäße, Schaufeln, der Schaubottisch, das Eherne Meer, die beiden Säulen, die vor diesem Tempel standen, die waren aus Metall und sie waren hohl. Im Testament Salomoth ist beschrieben, wie diese Gefäße vorbereitet wurden, um die Djinn zu bannen. Und das Haus war bei seinem Aufbau aus ganzen Steinen aus dem Bruch aufgeführt und Hämmer und Spitzhacke, alles eiserne Gerät, war in dem Haus nicht gehört, als man es baute. Ja, die beiden Säulen des Tempels, diese Dualität, die sie darstellen, die erinnert auch an ein anderes, sehr wichtiges Symbol in der Hermetik und in der hermetischen Astrologie und zwar das Symbol des Hermesstabes. Der Hermesstab ist ja ein Stab mit den beiden Flügeln oben und einem leuchtenden Kreis und um diesen Stab winden sich zwei Schlangen und man kann natürlich diese Schlangen mit verschiedenen Binden, es gibt Bilder mit verschiedenen Windungen dieser Schlangen und es gibt ein Bild aus dem alten Sumer, wo es tatsächlich sechs Windungen gibt, die diese Schlangen machen und ich glaube, eines der Dinge, die dieser Hermesstab symbolisiert, ist eben auch diese Windungen des Tierkreises. Das heißt, wenn wir die Köpfe der Schlange bei Krebs und Löwe ansetzen, dann können wir die Zeichen, die weiblichen Zeichen verbinden, also Krebs, Jungfrau, Stier, Skorpion, Fische und Steinbock und auf der anderen Seite die Sonnen, von der Sonnendomizil ausgehend, von Löwe ausgehend, eben die männlichen Zeichen verbinden, also Löwe, Zwillinge, Waage, Witter, Schütze und Wassermann. Und dann haben wir eben diese beiden Windungen der Schlange und das wiederum finden wir in einer anderen Kultur wieder, zumindest in einer anderen Kultur, nämlich in Indien und in der Lehre der beiden Nadis, Ida und Pingala, die von den Nasenlöchern ausgehend sozusagen die durch den Körper kreisen und an den Schnittstellen eben auch die Chakras sich befinden, die Chakras oder Chakren sich befinden. Und auch das ist ein System, was eben sieben Kreuzungspunkte hat, so wie wir das eben im Zodiak auch haben. Das Höchste wäre sozusagen außerhalb des, oberhalb des dritten Auges im Scheitel. Das heißt, das ist eine Symbolik, die zeigt diese Dualität, wie sie quasi vermählt ist, die Dualität weiblich, männlich, mondhaft, sonnenhaft, yin und yang, wie dadurch die Weltseele auch waltet. und zu dieser Weltseele gehören eben auch diese Planeten, die Planetenkräfte, die, wie in der Hermetik auch gesagt wird, der inkarnierenden Seele ihre Potenzen geben, ihre Tugenden geben, ihre Kraft geben und so den Menschen mitgestalten. und auf der anderen Seite, wie ich schon gesagt habe, die Seele nach dem Tod auch wieder durch die Sphären durchgeht, um zu der Heimat der Seele, nämlich dem Sterlenhimmel zu gelangen. dieser Gott, der mit Hashem als Name bezeichnet ist, dessen Namen sollte Salomo ein Tempel bauen. Wie hat er das jetzt gemacht? Als Salomo König wurde, hat er einen Kontakt gesucht zu Hiram, dem König von Tyrus. Wer war den König Hiram von Tyrus? Da gibt uns das Buch Hesekiel Auskunft. Im Hesekiel steht über Hiram, den König von Tyrus, wie bist du gefallen? Mein schönster Engel warst du. Du warst ein gesalbter Sherub. Du warst im Garten Eden. Du warst auf dem Berg Gottes. Unter den neuen Steinen bist du gewandelt. Im Gold. Über die glühenden Steine bist du gewandelt. Auf dem Berg Gottes. Dann hast du dich überhoben und ich hab dich auf die Erde geschmissen. Mein gesalbter Sherub. Der schönste Sherub, den ich jemals geschaffen hatte. Das ist schon ein bisschen nachdenkenswert. Warum nimmt nun König Salomo Kontakt auf mit Hiram, dem König von Tyrus oder mit diesem gefallenen Sherub? Wenn er diesen Tempel für den Namen Gottes bauen will. Ganz einfach. Denn Hiram, der König von Tyrus als Sherub, kannte das Original im Himmel und Salomo konnte das Gegenstück auf der Erde bauen. Nach hermetischen Gesetzen wie oben so unten. Und der König von Tyrus hat dann im Salomo berichtet, dein Vater war schon immer ein sehr guter Freund von mir und ich habe mit deinem Vater auch sehr gut zusammen gearbeitet und ich werde dir das liefern was du benötigst. Und Salomo hat ihn gebeten ihm alles Material zu liefern für diesen Tempel. Den Zedernholzaltar überzog er damit und Salomon überzog das Haus innen mit gediegenem Gold und zog goldene Ketten vor den Hinterraum entlang und überzog ihn mit Gold und das ganze Haus vollständig und auch den ganzen Altar der zum Hinterraum gehörte überzog er mit Gold. Bei dem Salomonischen Tempel ist sagen wir mal auffällig dass bei der Baubeschreibung auf die sich die meisten erst mal beziehen was was in der Bibel im ersten Buch Könige ist relativ genau angegeben ist wie die Maße sind von dem Tempel und aus der Sicht der Geometrie so wie ich untersuche anschaue fallen da erst mal zwei drei Sachen auf also es wird angegeben dass der Tempel 60 Ellen lang ist 20 Ellen breit und 30 Ellen hoch und in der in der Geometrie kommt geht es ganz oft um Proportionen also um die Verhältnisse zueinander und dies und dies war die grundlegung salomos beim bau des gottes hauses die länge in ellen nach dem frühern maß 60 ellen und die breite 20 ellen und die halle die vor die lang seite vor der breitseite dem haus war 20 ellen und die höhe 120 und er überzog sie von innen mit reinem gold und das großhaus verkleidete er mit zypressen holz überzog es mit feinem gold und brachte darauf palmen und ketten an dieser tempel wurde dann gebaut mit dem material was der könig iram von tyrus geliefert hatte das war alles fertig das material und in der bibel ist berichtet dass während des baus der klang des hammers nicht zu hören war das heißt er baute sich ohne geräusche ja wenn wir 60 20 30 nehmen dann haben wir einmal das verhältnis 1 zu 3 also breite zu länger und zur höhe wäre dann 1 zu 2 oder 2 zu 1 und damit haben wir sowas wie die grundproportionen schon in dem ganzen Bau einfach ist das zu konstruieren aber andererseits auch sind das mathematische proportionen und musikalische proportionen die dort eine rolle spielen ganz einfach in der musik am klavier gibt es die naja wie sagt man intervalle genau und das einfachste intervall ist das von der oktave von c bis zum nächsten c wenn wir die frequenzen anschauen ist das das verhältnis 1 zu 2 also die verdoppelt sich immer von einem c zum nächsten oder vom d zum nächsten d ist immer das doppelte und das wäre eben das verhältnis 1 zu 2 oder in diesem tempel grundmaßen wäre das die länge von 60 zu 30 ja das ist also wenn man die länge betrachtet das nächste ist das verhältnis 2 zu 3 das ist die quinte die recht interessant ist die ein öffnendes intervall ist in der musik also vom c zum g wäre das und das ist 2 zu 3 das sind die verhältnisse die wir dort drin haben wir können es grundsätzlich mal mit der frage beschäftigen was ein tempel überhaupt ist oder sein soll da würde man dahin kommen dass ein Tempel ein Ort ist um mit dem Heiligen oder mit Gott zu begegnen was auch immer Gott ist in dem Zusammenhang was ist nun der Name Gottes den finden wir in der Bibel in der Bibel im ersten Buch Moses Vers 1 da geht das los am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und Finstermis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern das war vor der Schöpfung es ging aber darum dass Gott sagte du wirst meinem Namen ein Haus bauen bei diesem Salomonischen Tempel geht es um einen Tempel der dem Namen Gottes gebaut wird der Name Hashem denn die Juden werden diesen Namen nicht aussprechen und sagen nur Hashem geschrieben wird das Adonai es gibt bei uns die Bibel die Elberfelder Bibel mit der Ausgabe 1905 die ist wörtlich übersetzt wie es in der Tora geschrieben ist und in der Elberfelder Bibel steht und so schuf dann kommt das sogenannte Tetragrammaton das sind vier hebräische Konsonanten J H V H oder J H W F das sind vier Konsonanten der Name dieses Gottes der da beschrieben ist der aber nicht aussprechbar ist man kann also vier Konsonanten nicht aussprechen der ist nicht sprechbar und früher nach der Überlieferung der Bibel wurde dieser Name einmal im Jahr vom Hoher Priester im Allerheiligsten ausgesprochen ansonsten weiß man nicht wie er gesprochen wird ich werde also nur immer Haschem sagen der Name wenn ich dieses Tetragrammaton oder den Namen dieses Gottes meine nun ist im zweiten Kapitel der Genesis beschrieben und so schuf Haschem Himmel und Erde da geht es nicht um ein Sieben-Tage-Werk sondern Haschem hatte am Anfang eine wüste Erde vor sich und da hat er im Osten von Eden das ist das Land im Osten von Eden einen Garten gemacht und Salomo war Herrscher über alle Königreiche vom Strom zum Land der Philister und bis zur Grenze Misraims die brachten Geschenke herbei und dienten Salomo alle Tage seines Lebens im Sohal das ist eine vertiefende Schrift zur Tora und zum Tanach da steht und der Tempel wie er sich baute und in unserer Bibel steht der Tempel wie Salomo ihn setzte wer war denn nun dieser Salomo in der Beschreibung der Bibel in der Bibel steht und Salomo war der Weiseste aller Weisen seine Weisheit übertraf alles was damals bekannt war und Gott gab Salomo Weisheit und Einsicht über die Maßen und einen weiten Geist gleich dem Sand der am Ufer des Meeres ist so war der Weisheit Salomos mehr als der Weisheit aller Söhne des Ostens und aller Weisheit Misraims und er war weiser als alle Menschen Er sprach über die Tiere über die Vögel über die Fische über die Insekten über die Pflanzen er sprach über die Zeder die im Libanon wuchs und er sprach über den Isop der aus dem Mauerwerk wuchs er sprach eigentlich über alles und er redete über die Bäume von der Zeder auf dem Libanon bis zum Isop der aus der Mauer wächst und er redete über das Vieh und die Vögel und das Gewürm und die Fische und sie kamen von allen Völkern die Weisheit Salomos zu hören von allen Königen der Erde die von seiner Weisheit vernommen hatten er sandte aber Hiram der König von Tyrus seine Diener zu Salomo denn er hatte gehört dass man ihn zum König gesagt hatte anstelle seines Vaters denn befreundet war Hiram mit David alle Zeit gewesen das muss man nicht unbedingt als die super Weisheit anerkennen möchte ich mal so sagen wenn wir jetzt aber den Koran betrachten da ist diese Geschichte auch beschrieben im Koran ist auch ein Schöpfungswerk wie Allah alles erschaffen hat der hat also am Anfang aus Erde einen Menschen gemacht hat ihm seinen Atem eingeblasen und hat ihn in den Garten gesetzt genau wie bei uns in der Bibel nun ist aber der Salomo insgesamt wenn er über alles spricht und so viel kann und so weise ist irgendwo auch der Herrscher der Herrscher über das was da beschrieben ist und zwar im Zusammenhang mit dem Koran nicht nur der Herrscher über Menschen und Tiere und Pflanzen sondern auch über Geister und dieser Salomo oder Schülermann im Koran wird berichtet dass er mit den Tieren sprach er sprach also mit den Tieren und das hört sich schon mal ein bisschen anders an als bei uns in der Bibel der Salomo spricht über die Tiere über die Pflanzen im Koran spricht Salomo mit den Tieren und dann hat er mal seine Herrscher antreten lassen Süleman im Koran seine Herrscher waren die Menschen die Vögel und die Dschin die Dschin das sind die Dänen dann hat er die zum Rapport bestellt hat viel mit ihnen gesprochen und befohlen vor der Kreation vor der Schöpfung dieses Menschen hat Allah noch etwas anderes erschaffen nämlich aus dem Feuer hat er ein Wind kreiert einen Dämon aus dem Feuer eines Giftwindes im Arabischen heißt das Giftwind der hat im Koran einen besonderen Namen der Baumeister des Tempels hat von Salomo einen Ring bekommen und mit diesem Ring konnte er die Dämonen bannen diese Dämonen wurden dann eingeschlossen in Gefäße die Bibel berichtet dass nach dem ersten Tempel der zweite Tempel gebaut werden sollte Nebukad Neter hatte den ersten Tempel geplündert samt den Gefäßen und einige Gefäße wurden in Babylon geöffnet und da wurden Geister freigesetzt beim zweiten Tempel gelangten noch 5400 verschlossene Gefäße zurück nach Jerusalem in diesen Gefäßen waren die Geister die Dämonen oder die Djinn ein Ring mit dem er die Dämonen batten konnte und sie mussten ihm gehorchen und mussten seine Befehle entgegennehmen so etwas ähnliches haben wir auch in unserer Bibel und zwar in dem Zusammenhang wo König Salomo den König Hiram von Tyrus kontaktiert hatte damit er Material bekomme und König Hiram von Tyrus hat dieses Material geschickt er ist nicht selbst gekommen und Salomo konnte nach dem Koran die Geister dazu zwingen Arbeiten auszuführen die die Menschen nicht konnten es gibt aber auch die Möglichkeit dass Menschen über die Dämonen herrschen konnten und zwar mit Hilfe eines Ringes also Salomo verfügte über einen Ring mit dem er die Dämonen baden konnte und sie mussten ihm gehorchen und mussten seine Befehle entgegennehmen so etwas ähnliches haben wir auch in unserer Bibel und zwar in dem Zusammenhang wo König Salomo den König Hiram von Tyrus kontaktiert hatte damit er Material bekomme und König Hiram von Tyrus hat dieses Material geschickt er ist nicht selbst gekommen neben der Beschreibung von den Außenmaßen von dem Tempel gibt es auch eine Stelle wo dann beschrieben wird wie das Allerheiligste gebaut wird und das ist auch aus geometrischer Sicht interessant erstes Buch Könige sechstes Kapitel 19 Ersatz den Hinterraum richtete er im Innersten des Hauses her um die Lade des Bundes des Herrn dorthin zu stellen also geht es um die Bundeslade und der Hinterraum war 20 Ellen lang 20 Ellen breit und 20 Ellen hoch und er überzog ihn mit gediegenem Gold Nachher haben wir in Apokalypse in unserer Bibel auch die Aussage das himmlische Jerusalem kommt auf die Erde das himmlische Jerusalem senkt sich herab auf die Erde und Gott wird bei euch sein und Gott wird euch das Licht sein in dieser Sicht müsste man den Bau des Salomonischen Tempels auch sehen und auch erklären können als geistiger Tempel als geistiger Tempel was ganz wichtig ist und die Freimaurerei insgesamt kann dazu eine sehr gute Aussage machen was es betrifft dem Namen Gottes ein Tempel zu bauen oder wie in der Lutherbibel steht dem Namen des Herrn der Herr der Herr das sind vier Buchstaben manchmal werden diese vier Buchstaben alle vier als Großbuchstaben geschrieben es ist auch wieder ein Tetragrammaton es sind wieder vier Buchstaben oder im Englischen the Lord auch vier Buchstaben es geht um vier Buchstaben es geht um Gott den Herrn oder den Herrgott der Herrgott den wir in der Bibel immer wieder finden der Allmächtige oder wie immer er auch genannt wird ist immer der Herrgott und zwar der Gott der beschrieben wird im ersten Buch Moses Kapitel 2 Vers 4 folgende und so schuf Hashem Himmel und Erde und diese ganze Geschichte ist da beschrieben bis zum Ende bis Kain und Abel und dann ist die ganze Bibel immer nur Wiederholung da ist eine neue Schöpfung bei Moses da ist auch eine neue Schöpfung bei Noah mit seinen drei Söhnen und seinen drei Schwiegertöchtern es ist immer nur Wiederholung das haben wir auch in der Freimaurerei die Freimaurerei beschreibt diese Schöpfung in den ersten beiden Kapiteln der Bibel in ihren drei Grad und danach hört die Freimaurerei auf danach gibt es keine Freimaurerei mehr das haben die Engländer schon Anfang 1700 formuliert und haben gesagt Freimaurerei besteht aus drei Geraden und nicht mehr die muss man nur verstehen als die Arbeit die Salomon für das Haus des ewigen Anfertigen ließ, vollständig war, da brachte Salomo die Weihgaben seines Vaters David hinein, und das Silber, das Gold und alle Geräte tat er in die Schatzkammern des Gotteshauses. Damals versammelte Salomo die Ältesten Israels und alle Häupter der Stämme, die Fürsten der Vaterschaften der Kinder, Israel, nach Jerusalem, um die Bundeslade des Ewigen aus der Davidsburg, das ist Zion, heraufzubringen. Dann machte er im Haus des Hochheiligen zwei Cherubim in Bildnereiarbeit, und man überzog sie mit Gold. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020